Da sieht man deutlich die zuweite Abstellung, dass sie den Hals zu weit abstellt und das rechte Bein nach außen driftet. Wenn sie das macht, drehst du dich vorne auf Kopfhöhe zu ihr hin, positionierst ihr den Hals, dass sie dir auf die Brust schaut, ein bisschen auf die Stirn, guckst, ist das Genick noch locker, ist der Hals noch weich, dann gucke ich, was macht der Brustkorb. Im nächsten Schritt müsste sie jetzt den Brustkorb zu mir drehen, das heißt, dass vorne links über vorne rechts kreuzt. Momentan stellt sie eher nur den Hals hin und läuft über die rechte Schulter weg. Da gucke ich mit der Gärte immer wieder leicht an die äußere Schulter, dass sie anfängt vorne gleichmäßig zu kreuzen. Da erkennt man jetzt, dass sie anfängt den Brustkorb zu drehen und dann fällt sie mit der Hinterhand vielleicht noch ein bisschen aus. Das ist aber egal, wir müssen uns immer erst mal auf einen Baustein konzentrieren, den größten Fehler und versuchen das dem Pferd ganz freundlich zu erklären, was wir da überhaupt wollen und dann können wir später die anderen Teile hinterher puzzeln. Also nicht gleich das fertige Zielbild erwarten, aber gucken, diese Brustkorbdrehung ist ein ganz wichtiger Baustein. Ohne diese Brustkorbdrehung kommen wir nie in die korrekte Liegearbeit in den Seitengängen. Vielen Dank. Vielen Dank.